Danke, Hofmann. Wie ist ein Brecher? 2 zu 0, Hofmann. 2 zu 0, Hofmann. 2 zu 0, Hofmann. 2 zu 0, Hofmann. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Erster Satz knapp, zweiter Satz 6, 2 gefühlt zu 9, 1 und der dritte Satz wieder ein Komplett mit einem Satz. Und da glaubt ihr natürlich kein Mensch, dass du vielleicht so sogar ganz gut gespielt hast.